einen wunderschönen hallöchen ja leute was geht ab einem wieder einmal lang ist es her eine neue runde ein neues glück sagen wir mal wir spielen wieder eine runde erfolgt ja los leg mal los es gibt wieder neue städte und irgendwas neues weiß ich nicht irgendwelche super städte wir gehen mal da in dieses super städtchen das gefällt mir richtig gut was ist da weiß ich auch nicht nur und vielleicht lässt sich ja dieses städtchen gut auseinandernehmen unsere freunde sind uns schon direkt hinter uns gefahren und sind auch jetzt willkommen in titel tower neueste tower mega geil zuerst mache ich einen neuen titel tower ich habe keine ahnung aber wir müssen auf jeden fall richtig gas geben wir sind unsere anderen nehmen wir machen das mal später kollega zum ersten mal bin ich einen neuen titel tower und ich habe keine ahnung was hier abgeht aber richtig geilen haben sie ja total verändert wie eine neue waffe sogar oder weiß ich gar nicht noch mal auf die tür mal auf ja 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 sie ist denn hier los und richtig geile bummer und munition gibt es gerade ist daher das ist sehr gut dass ich doch auch noch schlechter ist mensch da ist die kiste noch haben. Ah, da nimmt die schon dieser kleine Louis. Luigi mit den kleinen Luigis. Weiß ich auch nicht. Hat er irgendwas übrig gelassen? Ja, komm. Ähm, die gönnen wir uns einfach mal. Und die auch. Ah, du bist doch so dämlich, Alter. Mach da mal den hier. So. Sortieren wieder mal. Das kennt ihr ja schon. Ich glaube, das ist Schrotflinte. Das ist... So. Vielleicht noch hinten noch eine. Hat er eine vergessen? Nee, hat er nicht. Aber echt? Hä? Kann ich nicht kaputt machen? Lul. Die sind immer so... Ich weiß nicht. Einmal. Okay. Ja. Komm, wir gehen mal hier rein. Hier war bestimmt noch keiner drin. Ja, lol. Da geht's raus. Ah, da war ja was. So. Ah. Ich hoffe, ihr seht mich gut. Wenn nicht, dann müsst ihr es sagen. Beim nächsten Mal. Mach ich nämlich nicht an. Oh, alles oder alles. Weißt du? Die looten alle wieder bekloppten und am Ende ist für den für mich nichts da. Nix. Nothing. Duffing. Ähm, hallo? Hallo? Ich kann kein Q drücken. Bauen ist... Ist jetzt nicht möglich. Wieso kann ich nicht bauen, Alter? Was ist denn das hier? Warum kann ich jetzt nicht... ...bauen? Ähm. Ja, komm. Die brauche ich nicht hier. Die ist kacke. Hatte ich mal geliebt, aber... Ich weiß nicht, ob die nun besser ist hier. Na, komm. Wir machen die mal so. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Die ist vielleicht... Ist das noch eine Schrotflinte? Ja, das ist eine Schrotflinte. Ich nehm doch die. Pass mal auf. Na, du bist doch so dämlich, du Lui, Alter. Mal, wir machen das mal so. So, wir nehmen jetzt die hier mal auf. Mensch! Ja, jetzt haben wir sie. So, dann machen wir das so. Okay. Gut. Na, der ist ja weggelootet. Alles wieder leer. Das ist so geil. Aber schön gemacht. Warum nehmt ihr nicht die hier? Dann nehm ich die... Nee. Die ist kacke. Oder doch? Warte mal, die ist doch besser. Na, die blaue ist immer gut. Da war ja was. Okay, hier hat die eine mit... Was ist denn das? Nee. Granaten. Äh? Hier waren wir schon? Ich glaube, hier waren wir schon sogar drin in dem Haus. Lul. Ich kann hier nichts. Ah, ich kann hier nirgends was abbauen, hm? Okay, dann lass uns mal... Lü-lü machen. Kann man den Baum abbauen? Nö. Hier geht nix. Kann man nix mehr abbauen? Lul, was ist denn das? Ist ja voll... Fuffer. Äh, ist ja voll... Äh, 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 äh. Ja, weiß ich nicht. Äh, äh. Okay. Kann ich nicht fliegen wenigstens? Okay, die Zone ist relativ nah. Ist hier vielleicht noch was drin? Na, aber da haben sie schon so schlimm leer geludelt, die Jumis. Hier kann man abbauen, okay. Okay. Komm, wir nutzen mal die Ampeer, diese geile Rampe. Oh, Moment, hier haben wir einen Jumppad. Ja, sehr gut. Okay, da sind sie richtig weit gebracht. Hier haben keine... Guck mal, guck mal, guck mal. Das sind doch schon... Ach ja, schön. Sehr, sehr schön. Und guck mal, das ist eine Kiste. Sehr geil. Sehr nice. Sehr hübsch. So, die Kiste ist da. Das heißt, die Kiste ist in dieser Richtung. Okay, und da gehen alle zu dieser Kiste hin. Ich glaube, die Kisten sind in Fortnite. Hallo? Junge, mach jetzt Eier. Oh, er wird schon richtig... Alter. Junge, 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 Junge. Ja, der Roboter oder was? Düm, düm, düm. Bam, 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 bam. Das macht alles kaputt, dieses... ...Renntmierer da. Aber er hat noch eine Truhe. Wo ist denn die Truhe? Ach, hier. Guck mal. Was ist das, was da gierig ist? Was hat denn der für... Ja, mach mal hier, baum mal. Okay. Ja, läuft. Nichts besser. Wie nehm ich die hier? Mensch, jetzt nicht, geh mich auf den Sack hier. Diese ganzen Kack-Werbung geht mir richtig auf den Zünder. Hallo? Ähm, joa. Ich weiß nicht, ob die jetzt besser ist. Komm, wir nehmen die hier noch nicht. Alles Fälle. Wenn man halt totfindet, ohne Ende. Aber... Ähm, jo. Sind die, Manns? Ich hab mich einen Kill, Alter. Sind unsere Freunde. Freunde! Warum ist denn da was blaues? Was ist hier los? Äh. Sind die überhaupt Gegner? Hm. Weiß ich gar nicht. Hä? Ganz komisch. Jetzt weiß ich, wie sie die Gegner sind. Aber seid ihr denn kleinen Gegner? Wo sind die denn jetzt? Weiß ich gar nicht. Ja. Aua, 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 aua. Alter! Wie jetzt? Was für ein Arsch, Alter. Warum? Na, sie juckt. Oha. Guck mal. Wer schießt der da hin? Und der macht auch gleich mal. Oh, hier. Flugzeugjäger. Und? Alter! 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 Was soll die Scheiße? Sag mal. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Was soll der Kack? Warum können Roboter mich platt machen? Ist das schon da Kacke? Komm. Komm. Ich bin da mehr drin, oder was? Komm. Mach weg. Boah. Übel. Ja, hier. Moni. Alter, hier. Alter. 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 Leck. Mio, Alter. Was für ein Kack, Alter. Boah, da kriegst du richtig. Da kriegst du richtig voll die Waffe, Alter. Hier. Noch so ein Roboter. Guck mal. Ist der hier nicht mehr drin? Mann, jetzt stirb mal. Oh, mach ein Stimmig. Boah, Alter. 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 Lego, Mann. Meine Herren. Ohne Kupferstecher. Boah. Nimm mal die hier. Gucken, wie die so ist. Gehst du ja richtig vor die Waffe. Boah. Das haben wir auch keine Gegner mehr. Hallo, Alter. Ein, 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 ein hab ich mir errungen, Alter. Einen, nur mit dem Roboter, also. Guck mal hier. Jetzt wirst du noch ein Roboter, Alter. Ich sehe, Roboter werden beliebter jetzt. In Minecraft, oder was? Äh, Minecraft sage ich schon. In Fortnite. Ah. Mal hier. Alter. Ach so. Ja, das sind Freunde für uns. Mal hier. Uh. Alter. Boah, jetzt geht's tot. Ja, nice. Geil. Gefällt mir. Und Muni gibt's auch nochmal gratis. Ähm. Sind das eine Ruderwaffe? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hab die sogar schon. Komm. Ich hab noch mehr. Läuft, Alter. Läuft. Bin ich voll, Alter. Mega. Läuft die richtig. Lübt mir. Das ist so geil, oder? Das ist so geil, oder? Untertitelung des ZDF, 2020